Das coolste an meinem Job ist, dass wir ein junges Team sind, das zusammenhält. Außerdem ist die Arbeit als Disponent für die Aufrechterhaltung der Warenversorgung für die Gesellschaft sehr wichtig. Eine Einschränkung in meinem Job ist, dass wir keine flexiblen Arbeitszeiten haben. Das hat aber auch seine positiven Seiten. Man weiß immer, wann man das Büro verlassen kann und hat somit immer Zeit für Familie und Hobby. Mein Beruf ist Warndisponent bei der Firma REWE. REWE ist ein internationaler Konzern im Drogeriefachhandel und Lebensmittelhandel und ich bin für die Warndisposition zuständig. In meinem Job geht es darum, die richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt in unsere Lagerstandorte zu bestellen. Aus diesen Lagerstandorten beziehen dann die Handelsfirmen und auch die Tankstellen ihre Ware. Der Bedarf wird aus Lagerstand, den Lieferfristen der Lieferanten und den Bedarf der Filialen errechnet. Jeder Disponent hat seine 70 bis 80 Lieferanten täglich zu bestellen. Diese variieren wöchentlich leicht, aber jeder Disponent hat seine fixen Lieferanten zugeordnet. In meinem Job ist eine kaufmännische Ausbildung Voraussetzung. Weiters ist Sozialkompetenz, Zahlenaffinität und vor allem Kommunikation sehr wichtig. Da wir täglich mit 70 bis 80 Lieferanten in Kontakt sind, sollte man auch die Arbeit sehr strukturiert verrichten können.